Peinlich? Herzogin Mekan bei Royal Treffen Barfuß Ist Herzogin Mekan, 41, mit ihrem Outfit ins Fettnäpfchen getreten? 2016 lernte die einstige Suits-Darstellerin Prinz Harry, 38, kennen und lieben. Nur ein Jahr später gab das Paar seine Verlobung bekannt. Im Mai 2018 folgte ihre Traumhochzeit. Schon vorher lernte die Schauspielerin ihren Schwager Prinz William, 40, und seine Frau Kate, 40, kennen. Wie Mekan jetzt verriet, wählte sie dafür einen eher unkonventionellen Look. Als ich Kate zum ersten Mal traf, kamen sie und will zum Essen und ich stand da in zerrissenen Jeans und barfuß. Plauderte die 41-Jährige in ihrer Netflix-Doku Harry und Mekan aus. Doch nicht nur ihr Look war für die Royals offenbar ungewöhnlich. Ich habe Leute immer umarmt und mir war gar nicht bewusst, wie befremdlich das für viele Menschen in Großbritannien ist, erzählte sie weiter. Die US-Amerikanerin habe immer gedacht, dass die königliche Familie nur in der Öffentlichkeit eine gewisse Formalität an den Tag lege. Doch da hatte sie sich geirrt. Mir wurde bald klar, dass die Formalität, die nach außen hin herrscht, sich im Inneren widerspiegelt, das hat mich überrascht, berichtete Mekan.